einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin mit einem neuen trophäen guide ich habe hier schon ein paar trophäen geholt ich hatte hier schon ein paar minuten aufgenommen aber das ist einfach zu lang für so ein kurzes spiel ich versuche jetzt einfach noch mal das was jetzt hinkriegen vielleicht kostet 99 cent im store ihr könnt mit x springen brauchen sie tausend punkte wir haben drei runden zur verfügung nach vorne drücken für steuerkreuz machen wir einen frontflip und mit nach hinten drücken und ich teile es noch nicht ganz so mit den vorbessern frontflip alles kacke kann man gleich vergessen man muss im ersten level schon 2000 mindestens haben weil sonst lohnt sich das nicht aber wenn man so verkackt dann schon ja nicht und ich mache das nicht ich mache das nicht Das war's für heute. das war also mein fehler ich habe nichts gedrückt, hier hätte ich kein nichts drücken müssen, hier hätte ich einfach nur so geht es doch 2020, das ist gut ah shit da hätte ich jetzt nicht springen dürfen bei diesen kleinen wirbeln, die machen richtig hoch und da kriegt man halt richtig gut punkte das sieht knapp aus, das sieht nicht gut aus ich werde jetzt die runde ohne springen versuchen, ich bin da immer noch also 4500 wir werden es aber jetzt natürlich nicht schaffen wir gucken mal wie weiter kommen ah fuck, mein fehler ich bin gesprungen und hab die falsche rolle gemacht wird nochmal versuchen ach gott, ich f*** sind tot, nein, das ist doch nicht ich kann das nicht aber ich kann das nicht einfach versuchen zu tun im prinzip ist es eigentlich ganz einfach und das sieht ganz gut aus fast 3000 punkte 2.900 dinge loslegen oder 2.500 würde ja auch ausrechnen dann könnte durchaus klappen leider nicht aber wir sind dem ziel ziemlich nah gekommen wie ihr seht uns fehlt praktisch jetzt noch zwei trophäen platin logischerweise und die 7000 punkte immer versuchen wir es noch also wir waren jetzt schon ziemlich dicht dran 2.200 sieht schon sehr gut aus ah fuck das war mein problem damit habe ich runde 2 versaut und dann gleich runde 3 ok noch einmal versuchen wir noch weil das sah ja jetzt wirklich das sah ja jetzt wirklich richtig geil aus da habe ich mich zu weit gedreht ich merke jetzt auch selber schon das angespannte weil ich jetzt unbedingt diese letzten punkte haben will so 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 geht doch noch mal wenn man den dreh dann so ein bisschen raus hat dann geht das 2008 leck mich fertig ist das ist das ist eine gute ich habe jetzt verkackt in den sprung auch ihr schafft und somit haben wir uns die nächste platin holt im prinzip eigentlich ganz leicht wenn man den dreh raus hat mit vorne hinten am besten bei den hügeln springen und bei den dreieckchen wenn da mehrere hintereinander kommen können kann man eigentlich den flow kriegt man ja mittlerweile raus einfach nach hinten gedrückt halten dann dreht er sich gleich immer weiter und dann kriegt man schon die entsprechenden punkte ich hoffe ich konnte euch damit wieder einen gefallen tun euch hat es gefallen wenn es euch gefallen hat däumchen wie ein träumchen wir sehen uns im nächsten video bis dahin sagt euer odin und dann Vielen Dank.